Polywalk Chieftain hat von Venetic innerhalb des Full-Matter-Battles die Aufgabe bekommen, innerhalb von fünf Versuchen einen Trial zu landen gegen ein Football-Team. Football? Das war uns einfach zu lame. Also haben wir uns gedacht, spielen wir einfach mal gegen ein Rugby-Team, gegen das St. Pauli-Fraunteam. Ihr Wichser habt uns gesagt, wir haben dünne Ärmchen. Dann schaut euch mal diese Pracht-Exemplare an. Oh Gott. Lukas, stell dich nicht an, es geht weiter. Los! Das war's. Ich hab mir mal einen südländischen Charme spielen lassen und wir kriegen jetzt eine Einführung von der Nummer 19. Also, es gibt drei Grundregeln beim Rugby. Erstens, ihr verliert. Zweitens, der Boden, das ist euer bester Freund. Und drittens, beim Frauenrugby gibt's keinen Sackschutz. Viel Spaß, Jungs! Geile Einführung erfordert einem mega geholfen. Jetzt reißt euch mal zusammen, wie machen wir das jetzt? Pass auf, ich hab da was gelesen. Ich hab da was gelesen? Mal ganz im Ernst, beantäuschen. Damit rechnen die nicht. BAM Motherfucker! Ich hab da was gelesen. Wie macht die eine Weile? Das ist Myile. Ich hab da was gelesen. Ich hab da was gelesen, aber auch gelesen. Ich hab da mit den K ranked. Ich hab da mit den Karten im Moment. Was ist das? Was ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich habe die andere Seite. Wie ist das? Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Wir haben es geschafft! Sie läuft! Wir träumen weiter! Wir brauchen eine Wir brauchen wir! Hier! Geh! Sport ist wohl nicht euer Ding, bleibt lieber bei Musik. Fickt euch, Venedig! Football? Das war uns einfach zu lame. Deswegen spielen wir heute gegen das St. Pauli Frauen-Team beim Rugby. Die Schultern hin. Wir finden uns noch an. Und dann mach ich den hier. Mach das den hier! Wie ist das? 5? 5? Oh Gott!